Da ist die Schafen. Oh, die geile Idee hab ich noch grad zugeschaut, wo die jetzt vor uns sind. Oh, ein Sechster, Yoshi, OP-Bow. Oh mein Gott, Nick, du bist so ein... ...idiot. Nils, kannst du das wecken? Mhm, mhm. Sei lieb. Haha. Wie du weggekommet wurdest. Ich auch. Wir haben gebannt. Verschiedlos als spam, ne? Spam. Ach so. Ey, Bett oder so, irgendwie sowas. Bett oder so. Keine Ahnung. Ja, alles unten. Ich bin da. Und ich flieg... Ja mein, ich soll sich auch so ein Auer bauen. Da unten fast durch. Ja, 20 Minuten. Oder? Ja, leck down. Ja. Ja, die haben U-X reingebaut. Das war ohne. Rapp, stärke, heal, post, test, post. Was? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Leck den Bogen rein. Der ist doch schon. Ne, du hast mir voll reingelegt. Nein, Bogen ist auch voll. Nein, Bogen ist nicht. Na klar, Bogen ist ja auch noch voll. Ich lege ihn dir nochmal rein. Ja, ja, ja. Lass dich raus. Hau, ha, ha. Okay, klar. Du musst vor. Oder sag ich. MLG vom Bogen. Unten kommt das. Ja, ich bin eingebaut. Warte. Warte. Moin. Basics hatte 13 und alles. Das war safe. Ja, genau. Weiß nicht. Das war nur ein. Der hatte auch safe hier bronzeln. Ja, der hatte auch eisenschmer. Ja, ja. Und 13 hatte er ja auch. Ja, dann rennt doch mal zu sein. Und jetzt hier auf Basics. Das war sowieso komplett gut. Also. Das war sowieso komplett gut. Exkludieren. Exkludieren, Yoshi. Pfff. Du bist so nicht. Ich höre Schafe bei mir. Der. Der. Der ist unglaublich. Hä? Bei mir waren echt Schafe. Ich dachte jetzt. Das ist so. Ich schwöre. Ja klar. Du bist super Hitler, Alter. Ist das ein Zaunpott? Oder sowas. Bett nicht. Ey, Bett oder so? Bitte. Ey, halt. Oh. Was ist denn das für ein schein Zaunpott, Alter? Die hast du verknippt. Einfach so ein Drecksglas. Zaunpott. Irgendeine Schafe. Hehehe. Ey. Ich bin so ein Minecraft-Kid. Der macht sich ja mit den Zaunpott. Der macht sich ja mit den Zaunpott. Der macht sich ja mit den Zaunpott. Ich weiß nicht, wie Yoshi es sagt. So auf den D-Shows, ne? Der hat sich so die ganze Zeit da rumgebundelt. So oben, unten, 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 rechts. D-Shows. 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 Ich hab auch alles, ich hab alles hier, guck mal Hier, wer ist? Italien Hier Femessi kommt gleich rein Ehenbaut Du packst die über 2-13 jetzt 2-1 bevor die 2-13 Oh, außerdem 2 Wads gekauft und win low Hier wer ist? Muss ich hier hinkaufen Oh, der will Wir nehmen die Ich hab 2 Aber wir hatten ja so einen von Wurken Bist du in so einem Bot? Das ist ja voll schön Ey, Jungs Ja, okay, jetzt müssen wir Hier, wir haben es unten Ich hab noch 4 Jungs Jungs, gehen wir oben lang oder unten? Jungs, jetzt gehen wir, wir haben nicht mehr viel Aber der hat mal Clips gemacht, da hat er einfach einen Nahrungszimmer Ich bin ja über oben, boah, die haben keine oben 20 Minuten wird ja außerhalb Sirius kommt jetzt wieder über unten Wir werden gleich schaffen, machen wir Der ist auf der Hälfte, der ist auf der Hälfte Jetzt kommt hoch Ist hier noch irgendwo unten? Alle in der Base Sind nur zu dritt Base Nein, nein, einer stinkt dort auf dem Anti-Mobile Und sich setzt die Schafe einfach, ja? Wollen wir trinken? Nein, ich kann nicht einbauen Die trinken auch Stärke Wie viele? Sirius hat Stärke Äh, der Basealf hat Stärke und Na ja, Jungs Nö, da kommt noch eine Stärke gleich oben Oh, alle da oben, Bruder! Wer ist? Wer ist? Wer ist? Unter dir? Töt ihn, Töt ihn, Töt ihn Hau, 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 Hau Ding ist auf, Gott, ich hab das Opfer Ich hab den, Hau, 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 Hau Ja, easy, Jungs Spiele Ich bin dann reingegangen wie ein Opfer, ne? Also wirklich gekommen, wenn das Opfer Ich glaub, von hier hab ich, glaub ich, zwei Herzen Ich hab heute deren Stärke drauf gegeben und dann kein andere Äh, Yoshi ist auf Caro, ne? Yoshi ist Yoshi noch da? So, was ist so lustig, Dig? Oh, ich kann niemals nach oben kommen Wirklich niemals Dann geht der auch nicht über Nick Hä? BRC-Pick, die gibt mir nicht noch mehr Partikel Ach, ich glaub, das liegt daran, weil ich auf ne Treppe MLG gemacht hab Also das ist ne Treppe, die im Boden verbaut ist Und ich glaub, da kann man, glaub ich, kein Web draufsetzen Wenn du reingeämt hast von ne Treppe Hä? Wenn du diese Lücke reingeämt hast von ne Treppe, kannst du nicht emmen Ja, das hab ich safe gemacht und nicht Ab, weiter, weiter oben Ja, Bogen spammt nur mich Ja, Bogen kann ich nicht mehr spammen, weil er wanted ist Ah, jetzt spammt er auch nicht, ne? Ey, überhaupt nicht No, jetzt spammt er weiter Jetzt Ja, Bruder, das war meiner Mann, Digga, es kann nicht sein, er hat sich da ein Loch gebaut Ja, jetzt 208 222 Aha, warte, imagine Äh, 200 200 Also auch springen, 222 209 ist laufen, eins höher laufen Ich mach dann eine Höhe vorne ins Bett Wollen wir machen? Ja, im Bett ist, ihr könnt doch kommen Wenn ihr mit ihm macht, könnt ihr auch mit ihm 3 2 3 2 3 2 1 Go 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 6 Hast du gerne noch Stärke? Weiß ich echt nicht Nein, nein, weiß ich nicht Weiß ich nicht Glaub's nicht Und dann hat er einen Gap oder so Denkst du schon mal bevor Hälften Denkst du, die haben einen neuen Ratser gekauft? Nein Das ist wahrscheinlich der Ratser Welch kaputt? Obwohl Nein, das ist ein neuer Nein, wenn der so spammt ist der Ratser und ist halt kaputt Mein 1 war's halt gleich kaputt Ja, vielleicht achte du da nicht da drauf Gleich macht's Krach und das ist kaputt Äh, gut, Eisenschwert Ja, da ist ein Schwert Du musst gleich Stärke holen Vielleicht kannst du holen Hat der gegappt? Nein, nein Nein, normal Ja, du kannst jetzt porten Jetzt kannst du porten Jetzt hat er Angst Jetzt wird er nur aufs Wagen gehen Oh, einfach ein bisschen weiter, immer weiter Wenn du damit bist, hast du den Vorteil Wenn du damit bist, aber Oh, ein Schoß ist halt vier Herzen Hast du keine Zoom, ne? Doch Naja, aber Du kannst ihm nicht mehr, du kannst ihm, dann muss er drauf Ja Du musst ihm nur zwei, du musst ihm vier geben Oder drei Je nachdem, wo du shoppen Ist vielleicht nicht mal viel so Letzt wenn du fünf Herzen hast Du bist, glaub ich, so ein Vorteil sein Wenn du blockierst Einfach ein bisschen näher immer wieder Ich weiß nicht, wie ich da vorne kommen soll jetzt Ja, genau so Immer kurz vorgehen und dann immer Blöcke setzen Mach hier den Faker Oho Was? Der Faker hat Gleich bist du vorne Ja Sechs, sieben Blöcke, genau Dann bist du in der Mitte Noch fünf Ah Ja, okay Ja, okay Ja, okay Ja, okay Pass auf Pass auf Hinter dir, hinter dir Chill doch mal, Alter Chill doch mal, Alter Alter Ich will um Leben oder Flut gehen Digga, es geht doch viel Warte auf und spam Oder klang Warte auf, warte auf und spam 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 Die Blöcke Ich hab noch eins Spam die ganze zeit Blöcke einfach Wie viele Blöcke Hast du halt noch Du musst nach unten und bringen Wenn ein Dach über dir ist Du musst nach unten Die anderen schreiben auch Nix war noch schön. Jetzt ist er am Arsch. Jetzt ist er am Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist so dumm, ne? Achso. Er hat sich ganz echt selbst gefickt. Was hat er gemacht? Oh? Er hat sich komplett selbst gefickt. Borts, Alter. Was schreibe ich dazu? Hä? Wie kann man sich so selbst ficken? Am Ende hat nicht mal Nick was Gutes gemacht, aber er hat sich selbst gefickt. Na doch, war schlau von Nick, dass er die Position eingenommen hat. Du, das war so ein Pferdewurstbuch. Ja, aber was hat er im Damien gemacht? Er ist halt einfach in die Ecke gegangen? Wo, hä, Nick Spacey war? Ich hab hier absolut nicht. Also, hinter jedem Zug ist ja eigentlich ein Gedankengang, aber da verstehe ich kein Gedankengang. Doch, VeloRanger. Last. Danke, danke, danke. Ah. Ja, Pascal, ich bin einfach auf dem... Wollte voll, äcklich, ecklich, 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 schreib mir GG. Haha, ich habe zurückgeschrieben, ich bin nicht Resseddador und sohn. Hahahaha. 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 Finde ich auch absolut nicht lustig. Ja, ich habe... Ja, ich hab... Ich habe... Ja ... Ich hab die davon gemacht. Aber Vertrauen, die haben ja das nicht so oder? Ist eigentlich so minding. Hat einer geschrieben, Maxi Bruno, das haben dich verratzt, oder? Ich habe als Steckes neues Heck geschrieben, ich bin nicht Resseddor und sohn. Ich bin nicht fast gehocken, sondern einfach zurückschreiben. Ich bin nicht fast gehocken. Warum leid? Ich liebe das. Ich bin nicht fast gehocken. Ich bin nicht fast gehocken, sondern einfach zurückschreiben. Wie reagiert er dann an die Leckanäuser? Schreibst du mir die GMC? Dann schreiben wir die ich fast gehocken konnte. Ich bin nicht fast gehocken. Ich bin auch ne der Gebrä. Ich bin nicht fast gehocken. Ich bin nicht fast gehocken. Du willst spoilt. Acki. 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 Jungs, zweimal heute gegen Dings, sage ich Harry gegen Smake. Leider nur 3 Leute. Hab einen gesplaced? Nein. Acki. Nikita, so ein Kampfbiest, Alter. Kennt euch mal diese Audio. So ein Kampfbiest ist, Nikita. So ein Kampfbiest ist, Nikita. Okay. Wer ist der Dorn? Äh. Hab beide Dorn. Ah, wenn tot. Na, haal mal auch. Lachen auf. Wann in bis zum nächsten Mal? Lachen we士n. Wann in bis zum nächsten Mal? Wann in bis zum nächsten Mal? Wann in bis zum nächsten Mal? Vielen Dank.